Oppi Dorman Tana stammt aus einer der besten Kuhfamilien für Exterieur in Europas, Ben Lunas. Tana ist ein Schaurin der Extraklasse und wurde zweite der Junior Expo Bill in diesem Jahr und ist trächtig mit G6 Unix für Juni. Ihre Mutter ist eine exzellent 90 eingestufte Goldbein-Vorschwester zu Cholestar Luna Exzellent 93. Dahinter finden wir vier Generationen aneinander folgend exzellent eingestufte Kühe zurück zu Alpe Dynamo Luna Exzellent 96. Tana vereint alles Exterieur, Kuhfamilie und gesechstragend mit Unix. Bopi Dorman Tana provient une des meilleures familles pour l'extérieur en Europe, les Lunas. Tana ist eine Jeunesse der Show mit einem potentiel enormen. Sie war die Junior Expo Bill in diesem Jahr und ist gestant mit Unix für Juni.